Hallo Freunde und Willkommen. In diesem Video will ich euch eine Möglichkeit zeigen, sowohl den gesamten Trafik, den wir beim Surfen verursachen, als auch unsere Download- sowie Upload-Geschwindigkeit sehr einfach im Auge zu behalten. Kurz gesagt ist das ein Network Monitoring Tool, das wirklich unkompliziert und sehr übersichtlich ist und das auch noch kostenlos ist. Das Tool heißt NetSpeed Monitor. Ich habe es schon heruntergeladen beim Installieren, allerdings bekomme ich in meinem Fall hier zumindest unter Windows 10 die Meldung, dass es ein Kompatibilitätsproblem gibt. Wir müssen es also in den sogenannten Kompatibilitätsmodus installieren. Und zwar, das geht auch ganz einfach, indem wir hier mit der rechten Maustaste auf Eigenschaften klicken, hier auf dem Reiter Kompatibilität und hier Programm in Kompatibilitätsmodus ausführen für die vorherige Windows Version. Aktivieren, übernehmen, mit OK nochmal bestätigen und schon können wir das Programm schnell installieren. Hier die ganz normale Windows Installationsroutine Next Next Install als Administrator und schon ist das Tool installiert. Das mit dem Kompatibilitätsmodus, das liegt ganz einfach daran, dass das Tool nicht mehr weiterentwickelt wird oder wurde. Und genau, also nach der Installation finden wir unsere Exe-Datei unter C Programme, hier ist der NetSuite Monitor Ordner, also standardmäßig, wenn wir den Installationspfad nicht geändert haben. Und das starten wir jetzt einfach mit einem Doppelklick. Hier wollen wir ja, also zu der Taskleiste hinzufügen, ja. Und schon können wir das hier schließen. Und hier unten rechts in unserer Taskleiste wird uns direkt, ja, in Realtime quasi angezeigt, einmal die Upload-Geschwindigkeit und einmal die Download. Wenn wir hier mit der rechten Maustaste klicken, also über die Anzeige, dann haben wir hier nochmal ein paar Optionen, einmal Schnellzugriff hier, Sitzung löschen und so weiter. Wir gehen jetzt hier vielleicht mal kurz auf die Einstellungen darauf ein. Genau, und allgemein haben wir die Möglichkeit, wenn wir mehrere Netzwerkschnittstellen haben, vielleicht WLAN oder sonst was, hier festliegen, ja, auf welche Schnittstelle das Programm lauschen soll. Genau, dann können wir hier die Bitrate, also die Einheit einstellen. Hier haben wir auch jede Menge Optionen, Möglichkeiten. Das geht hier über ein paar Kilobits per Sekund bis hin zu Maybe Byte per Minute. Ich lasse das jetzt einfach mal auf. Hier, Megabit per Sekund vielleicht. Okay. Hier die Genauigkeit, ja. Wie viele Stellen hinter den Komma angezeigt werden sollen. Ich lasse das. Ich glaube, das war jetzt standardmäßig. Zwei. Okay. Dann haben wir hier die Sprache, Deutsch und hier Doppelklick. Da können wir auch festlegen, was eben passieren sollen, wenn wir hier über diese Anzeige doppelklicken. Auf der Anzeige halt. Genau, dann haben wir hier einmal die Einsicht. Hier können wir einfach die Schriftart, große Zentrierung oder nicht, irgendwie Position ändern. Ich lasse das jetzt einfach bei Standard. Dann unter Datenbank haben wir hier nochmal die Möglichkeit, wenn wir alles dokumentieren und protokollieren wollen, uns hier eine kleine Datenbank anzulegen. Das ist standardmäßig aktiviert. Also hier den Speicherort können wir hier anpassen. Wenn wir das nicht brauchen, können wir das einfach deaktivieren. Hier. Ich lasse mal aktiviert. Genau. Dann hier Sprechblase. Aktivieren oder nicht. Verzögerung, Einheit, tralalala. Das ist jetzt, wenn wir mit der Maus über dem Anzeiger hier gehen, da kommt diese Infoblase. Halt. Und über erweitert können wir nochmal die ganze Einstellung nochmal komplett zurücksetzen. Hier rüber. Zack. Wenn wir hier was geändert haben, einfach auf übernehmen und fertig. Das ist jetzt hier die Sprechblase. Ja, hier sehen wir den Trafik nach Monat, Tag, Sitzung. Wenn ich jetzt doppelt klicke, glaube ich war eingestellt, standardmäßig, dass das ausgeht, beziehungsweise genau. Das wird deaktiviert. Okay. Dann haben wir hier nochmal mit der Rechtebaustaste Verbindungen. Können wir die ganze Verbindung an uns anschauen. Hostname auflösen. Nein. Nicht verbundene Endpunkte anzeigen und so weiter. Also wir können hier nochmal filtern, wie wir das halt gerne haben. Dann haben wir nochmal Datenverkehr. Ich habe jetzt hier Upload, Download, Gesamt nach Tag oder Monat, Einheit und so weiter. Genau. Hier die Pro Schnittstelle halt. Datenbank Status. Okay. Dann haben wir nochmal. Ja, hier können wir das eben ein ausschalten oder schließen. Genau. Das war es im Prinzip auch schon alles, was ich jetzt zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Das kann man natürlich über den Task Manager hier beobachten. Den ist ja nicht. Das ist im Prinzip ziemlich das Gleiche. Hier hat man ein paar Optionen mehr. Nun die einen, die sagen, dass es vielleicht nicht mehr was für Kontrollflicks sei. Manche finden das ganz nützlich. Ich hoffe jedenfalls, dass ich euch schon irgendwie weiterhelfen konnte. Abonnieren nicht vergessen. Oberanleit freue ich mich natürlich auch. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Einen Download Link findet ihr unter dem Video natürlich beim Interesse. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.